Alles ist bereit. Fidelio, bleib hier. Ich gehe dem Gouverneur, das Signal zu geben. Wohin geht der? Ist das der Vorbote meines Todes? Sei ruhig und vergiss nicht, dass überall eine Vorsehung ist. Ja, es gibt eine Vorsehung. Ist alles bereit? Ja, die Zisterne braucht nur geöffnet zu werden. Gut, der Junge soll sich entfernen. Geh, Fidelio. Soll ich dem Gefangenen die Ketten abnehmen? Nein, aber schließ ihn vor dem Stein los. Die Zeit drängt.